Aufstehen! Was machst du hier? Wie kannst du während deiner Schicht hier schlafen? Das ist kein Schlafzimmer, sondern ein Kinosaal! Los jetzt, an die Arbeit! Das wird echt... Was machst du denn da? Da ist die... Heute ist die Superhelden-Premiere. Superhelden! Du musst aufpassen, dass hier niemand mit Snacks rangeht, hast du verstanden? Wir laufen Snacks hier rein! Nein, nicht mit Snacks hier rein! Richtig! Okay! Was muss ich machen? Yo, Leute! Was geht da? Mein Name ist Fatih! Leute, ihr wart von dem Video, wo wir Snacks ins Kino reingemacht haben! So begeistert, dass wir uns dachten, wir machen da weiter, ob wir aufgehört haben! Und heute ist Superhelden-Premiere! Und das heißt... Leute, wir können einfach der sein, den wir wollen! Unsere Kindheitsträume! Unsere Lieblings-Superhelden! Können wir einfach heute sein, Freunde! Dann würde ich sagen, Freunde! Fangen wir mit der ersten Möglichkeit an! Ich brauche einfach das Schild von Captain America hier drauf, Freunde! Riech mal, oh, Mama! Mh, leckerer Kuchen! Jetzt anziehen, Freunde! Und merkst du irgendwas? Gar nichts! Und ich nehme hier meine Lieblings-Lollis und klebe sie einfach auf den Infinity-Handschuhen! Das ist ne gute Idee, Mama! Und fertig! Ich bin Captain America! Wuhu! Hallo, ich bin Herr Klau und ich begrüße Sie in Fatis-Kino-Welt! Haben Sie auch Eintrittskarten dabei? Ja, klar! Willst du mich Captain America, ob du danach fragst? Hast du meine Muckis gesehen? Guck sie dir an! Ich bin Captain America! Guck mal, ob die Superhelden auch Süßigkeiten dabei haben! Was für Süßigkeiten? Süßigkeiten sind natürlich verboten! Ich will niemals Süßigkeiten dabei haben! Und was ist das? Oh! 1, 2, 3, 4, 5 Lollis! Das ist 5 mal nein! Rauch mit dir! Du hast Süßigkeiten dabei gehabt! Ey, ich dachte wir wären ein Team! Hey, komm! Das ist mein Schild, das ist unser Sterber! Unser Sterber! Was, Bruder? Ah! 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 Das sind keine Süßigkeiten dabei! Okay, Leute! Kommen wir direkt zur nächsten Möglichkeit! Und das einzige, was ich dafür brauche, ist dieser... Pokéball! Herr Oberhammer, bitte lass mich aus dem Pokéball! Ich hab mich doch schon entschuldigt! Das nächste Mal hältst du besser zu mir! Wow! Leute, es war so dunkel und kalt drin! Jetzt heul nicht rum, das hast du verdient! Wow! Mein Gott, Herr Oberhammer! Da ist noch eine Katze auf dem Boden! Das ist einfach ein süßes Kätzchen! Schau mal! Ich hab einen Poké-Keks! Herr Oberhammer, der meint, er will das nicht! Er will das nächste Mal aus dem Kino! Er will mit uns rein! Bleib hier! Nein, nein, nein! Hey, bleib stehen! Ich bin Oberescht, dein Pokémon-Trainer! Wo gehst du denn? Leute, während Herr Oberhammer weg ist, Freunde, zeige ich euch eine richtig coole App! Denn die Katze hat mich an ein richtig cooles Händenspiel erinnert! Und zwar ist das Spiel Battlecats, Freunde! Das Spielkonzept besteht darin, dass du der Anführer einer seltsamen, aber bezaubernden Armee aus Katzen bist, die das Universum erobern will! Leute, als allererstes machen wir erstmal eine Kapsel auf! Mal gucken, was wir bekommen! Und? Oh mein Gott, Freunde! Wie krass sieht der denn aus? Leute, die Katzen sehen alle richtig kreativ und verrückt aus und haben alle unterschiedliche Attacken! Ufo-Katze! Hübsche Beine-Katze! Hihi! Okay, Leute! Der Kampf beginnt! Leute, guck mal, wie cool die Katzen aussehen! Oh mein Gott, Leute! Guckt euch an, wie die Genen aussehen! Das ist aber richtig krass! Feuer! Oh! Leute, wir gewinnen gleich! Wir gewinnen gleich! Ja, Leute! Die haben gewonnen! Sieg! Haha! Leute, downloadet euch jetzt Battlecats, Freunde, für iOS und Android! Denn dieses Wochenende, Freunde, gibt's das Mega-Face, wo ihr die Chance auf richtig krasse Charaktere wie Kasti, die Geisel und Garua! Aber Freunde, apropos Katze, wo ist Herr Oberhammer? Ich will der Allerbeste sein! Glufati! Glufati! Hör mal! Was wird das denn werden, wenn's hier fertig ist? Glufati! Ich bin Obersch! Zeig mal was Respekt! Glufati! Glufati! Jetzt möchtest du die Eintrittskarten sehen hier! Hier! Ich hab hier zwei legal erworbene Eintrittskarten! Bitte sehr! Habt ihr denn jetzt mal Süßigkeiten dabei? Was? Wir schmuggeln doch keine Süßigkeiten ins Kino! Das werden wir mal sehen! Ja, bitte sehr! Sieht ja wirklich gut aus! Alles! Ah! Was ist das denn? Das ist doch nur ein Pokéball! Es war Süßigkeiten drin, eh! Ja, jetzt hören Sie mal! Diesen Pokéball hab ich persönlich von Professor Eich bekommen! Das wird jetzt nicht so bunt! Eindeutig! Und ich dachte, Spongebung wäre der letzte Hype! Aber Herr Oberhammer, was sollen wir jetzt machen? Wir haben keine Süßigkeiten! Oh mein Gott! Mein Kanzler! Umso mehr Süßigkeiten für mich, Leute! Jo, Leute! Was geht ab? Und da sind wir! Harry Potter, Adjus! Herr Oberhammer! Was hast du heute für die Taktik? Wir werden wieder versuchen, Süßigkeiten ins Kino zu schmuggeln! Und zwar heute verstecken wir die Süßigkeit im... Deinem Mantel! Aber wir stehen in deinem Mantel, Freunde! Und zwar ist das der unsichtbare Mantel! Heute jetzt, passt auf! Und jetzt, Leute, gehe ich in den Kinosaal! Leute! Ich glaube, ich bin mal arbeitslos! Es kommen gar keine Gäste mehr ins Kino! Die gucken alle nur noch YouTube und im Internet! Was ist das? Süßigkeiten! Es fliehen Süßigkeiten! Geister! 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 Also, ich bin wirklich kein Geister hier! Das ist nicht meine Aufgabe hier! Guten Abend! Guten Abend! Ich habe zwei Eintrittskarten! Mein Freund ist schon drin! Hier ist die letzten zwei Stunden hier keiner mehr reingegangen! Haben Sie was mit den Geister zu tun hier? Aha! Nichts Geister! Ich habe nur einen Zauberstab! Zauberstab! Glukose! Raus! Zaubert! Ich diskutiere nicht! Ich wollte nur den Film... Ich wollte nur den Film gucken! Bye, bye! Leute! Guckt euch das an! Itachi! Bist du bereit? Itachi! Jetzt sag schon, bist du bereit? Wir wollen rein ins Kino! Ja! Und wie kommen wir jetzt endlich rein? Itachi! Ganz einfach! Ich mach einfach mal ein YouTube und verwand mich zum Chef. Danach sag ich dem Aufseher, wir dürfen Süßigkeiten reinschmuggeln. Es ist gar kein Problem, dass alle mit Süßigkeiten rein. Hast du mich verstanden, Itachi? Glaube schon. Ich hab nicht geschlafen. Ich wollte dir nur sagen, dass du hier alle mit Snacks reinlassen kannst. Hä? Was ist denn mit Ihnen schief? Jan der Freien sagt, ich soll hier keinen mit Snacks reinlassen. Jetzt hab ich das so gesagt. Du darfst alle mit Snacks reinlassen, wirklich. Nimm mal, wenn Sie wirklich mein Chef sind. Ja. Wie lautet das Passwort? 44? Sabotage! Oh mein Gott, Leute, ich glaub, meine Fähigkeit lässt nach. Ich glaub, ich werde... Oh mein Gott, ich bin wieder zurück. Ich wüsste es. Da war irgendwas faul. Wir wollen mit der Süßigkeiten reinschmuggeln. Oder? Denkst du! Geht aus dem Auto, bitte. Mit dem Auto. Guten Abend. Die Eintrittskarte, bitte. Ich will da rein. Super, Hatticket. Wunderbar. Wie kommen wir so bekannt vor? Wie heißen Sie? Itachi. Gesundheit. So viel Spaß, Mr. Hachi. Heute ist doch jeder nach einer Grippe benannt, oder? Mh, lecker. Mh, lecker. Leute, wie ihr seht, bin ich Birdman-Freunde. Herr Opa, was du auf Toilette haben, bei denen brauchen ich auch nicht Freunde. Denn bei dieser Möglichkeit werde ich einen anderen Freund brauchen. Okay, Leute, wie ihr neben mir seht, haben wir einfach den Joker-Freunde. Und der wird mir helfen, reinzukommen mit den Süßigkeiten. Jens, wir kriegen das schon hin. Gehen wir jetzt rein? Wenn du das sagst, dann gehen wir jetzt mal rein. Gehen wir jetzt rein. Ich bin Pöpö. Welcher Film? Bats, es ist dein Abend. Es ist unser Date. Such dir aus, was du gucken willst, ja? Pöpö. Den finde ich super. Was willst du denn für ein Clown? Was willst du denn für ein Clown? Leute, ich hab's reingeschafft. Ich hab so viel gelacht, jetzt muss ich auf Toilette. Du bist mein Freund. Du bist das Freunde machen. Du bist jetzt hier aufpassen. Und das keine mit Süßigkeiten reinlassen. Du machst das schon. Ich bleib jetzt hier mal stehen und guck mal ein paar Löcher. Okay, Leute. Der Joker ist einfach der Aufseher. Gott, was soll ich machen? Was soll ich denn? Ich bin Mario. Ich muss einfach sehen, was... Es ist mir, Mario. Zack. Und jetzt rein mit den Süßigkeiten. Jetzt machen wir die Zurren. Und jetzt gehen wir rein. Gott, was macht ihr da? Komm, los, jetzt. Wir gehen rein in den Genen. Hallo. Guten Abend, Ladies and Gentlemen. Es ist mir, Mario. Was hat er ihr denn vor? Wir wollten rein. Es ist ein Rohrbruch in den Sporthallen hier in den Kinos Rohrbruch. Rohrbruch? Ja. Das sehe ich ja. Da brauchen wir eure Hilfe ganz dringend. Ja. Also ihr wollt rein. Also ich möchte ein bisschen Grünes sehen. So, die Gentlemen, ich wünsche euch viel Spaß. Vielen Dank. Halt, stopp. Hör, 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 hör zu. Ihr geht ja was reparieren. Und ihr braucht ja ein bisschen Stil. Ihr müsst ja aussehen wie Leute, die wirklich was vorhaben. Ja. Und hier ist eure Kleidung. Oh, das hat Stil. Los, jetzt geht mal Unruh, stimmt. Ich meine, geht mal alles reparieren. Ja, geht mal alles reparieren. Was ist los mit diesem Clown? Ha, ha, ha. Ich habe das nicht. Gar nichts. Ich stehe hier rum und mache meinen Job. Das war spannend. Das ist irgendwie, ich weiß nicht wo das ist. Ach Leute, eingelaufen. Ja doch, da ist ein Rohrbruch. Da läuft ganz viel Wasser rein. Wo denn? In die Sporthalle. In die Sporthalle? In den Kino. Wir haben keine Sporthalle. Ach, das ist ein Kino? Ja, ich glaube, mit Werkzeug. Ganz schön. Werkzeug? Hast du nach Süßigkeiten gesucht? Nein, ich bin nicht so mit Süßigkeiten. Ah! Du bist so feuer! Du bist so feuer! Also ich würde sagen, ich habe das gut gemacht. Du hast das richtig gut gemacht! Was ist denn hier los? Süßigkeiten! Was ist denn los mit dir? Entsparen dich! Süßigkeiten sind verboten! Kommt sie bald wieder! Okay, Leute! Wie ihr seht, sind wir gerade Spider, meine Freunde? Und guckt euch das an, Freunde! Wir haben hier einfach eine Snipbox drin! Rappels, kennst du das? Ich glaube, das ist aus Amerika! Lime Bubbly, kennst du das, Herr Obama? Merz, Leute! Ich glaube, die kennt man auch, oder? Oh mein Gott, Leute! Einfach Kraftwerker! Los, Freunde! Gebt dem Fati einen Daumen nach oben! Habt ihr das gehört, Leute? Lime das Video! Sogar Spongebob sagt das! Sollen wir das nicht verstecken? Es sind zwei Spider-Mars gegen einen Aufseher! Wir werden es wohl mit ihm aufnehmen können, oder nicht? Wie denn? Mit unseren Spider-Sinn! Mit unserer Intelligenz! Und natürlich unseren Spider-Man-Gadgets! Hallo, ihr Spider-Man! Wollen wir reinkommen, Mann? Schönen guten Abend! Ich bin auch Spider-Man! Ich habe hier meine Karte! Ja, Kieper, das sind zwei! Was ist das denn, ihr Freundchen? Süßigkeiten! Siehst du, dass ich verdammt bin? Ja! Plan dich, Herr Obama! Aber wenn es nur so geht! Was hast du immer gesagt? Süßigkeiten sind hier verboten! Du bist der Worte! Rein mit dir! Der ist aus dem Gefecht! Das klebt ja überall! Ich hatte Spider-Man! So, Freunde! Jetzt kommt der Schlau! So, das fällt dir nicht! Nächte meiner Kino! Au, 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 au! Au, au! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017